so hier sind wir bei den eiswelten sieht das geil aus man merkt richtig wie runter das gekühlt wird richtig geil und die hammer geile beleuchtung boah boah sieht das geil aus so 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 ja das sieht schon richtig cool aus echt geil in der bar sogar aufs eis heftig doch man kann hier hoch so wie es aussieht die retterwelt so wie es aussieht zwei drachen so was ist das so eine art schlitterbahn ist das unicorns eine kutsche da kann man sogar rein bitte nicht berühren aber richtig geil beleuchtet der eisern der thron und alles voller lippen das sieht ja mal geil aus dass hier drin das sieht ja geil aus ja der erd der palast so wie es aussieht das sieht ja die 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 Riesen-Schnecker Eiskultur Richtig geil beleuchtet Das sieht auch geil aus Das sieht auch richtig cool aus Alleine mit den Lit-Birnen hinten Nein Aus echtem Erdbeereis Natürlich mit dem Maskottchen oben drauf So wie es aussieht War es das jetzt da? Ja, das war nochmal die Kneipe Ja, das war mir so Ja, das war mir Ja, das war mir so Ja, das war mir so So, dann würde ich jetzt mal sagen, dass es für dieses Video war Und Tschüss Ja, das war mir so